Und dann steigen sie ab und steigen dann gleich nochmal ab und dann denkst du dir, was gehe ich noch ins Stadion eigentlich? Ich habe noch nie so viele Männer auch weinen sehen nach so einem Abstieg. Für den Verein und für mich, für die ganzen Fans vor allem, zählt eigentlich nur der Aufstieg in die Regionalliga. Ganz klar, wir wollen aufsteigen, so schnell wie möglich aus der Liga wieder rauskommen. Wenn ich das begründen muss, dann ist es nicht mehr Fußball.